Christian Morgenstern, der Purzelbaum Ein Purzelbaum trat vor mich hin und sagte, Du nur siehst mich und weißt, was für ein Baum ich bin. Ich schieße nicht, man schießt mich. Und trag ich Frucht? Ich glaube kaum. Auch bin ich nicht verwurzelt. Ich bin nur noch ein Purzeltraum, sobald ich hingepurzelt. Je nun, so sprach ich, bester Schatz, Du bist doch klug und siehst uns. Nun, auch für uns besteht der Satz, Wir schießen nicht, es schießt uns. Auch Wurzeln treibt man nicht so bald Und Früchte nun erst recht nicht. Geh heim in deinen Purzelwald Und lästere dein Geschlecht nicht.